Komm, lasst euch knuddeln und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Portal 2 im Koop. Zusammen mit Steffurspieler. In der letzten Folge hatten wir die ersten sieben Testkammern der Teststrecke 5 gemacht. Und jetzt sind wir im letzten Level. Nur, wie jetzt weiter? Ich würde sagen, das finden wir jetzt heraus. Äh. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Die meisten sind gute Testsubjekte. Ich glaube, an eine Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. Aha. Referenzierung an, äh, Shell. Was? Na, Shell. Die Hauptcharakterien sozusagen von Portal. Letztes, komm mal. Öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegangen habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Well, that worked. Fehl. Ah, nein, der Cube ist bouncy. Oh Gott. Yep. Warte. Ripp. Ey, der Cube ist jetzt auch weg, ne? Warte mal, wir haben da, glaube ich, drin was, ne? Ja, wir haben da ein... ...da ein so'n Ding. Bin hier drin. Dann kannst du hier dies tun. Ja, und das musst... Ah! Du musst da und da Portal machen. Ah, du... Da saß... Da saßen diese Dinger. Wee! Fun fact, du musst da nicht mal... Oh, noch eins höher. Ja, wollte ich gerade machen. Fun fact, aber du musst da noch nicht mal mehr selbst springen. Oh. Ah. Ne, muss ich nicht, weil das kaputt ist. Wee! Wieso drücke ich extra fest gerade meine W-Taste rein, wenn ich schnell laufen will? Keine Ahnung. Äh, gehen wir da lang? Ja, wir gehen da lang. War das jetzt so schwer? Ja. Leeg! Na, komm. Ah! Oh. Geil. Soviel dazu. Nur die Tür zur Kammer öffnen. I'm on the way. Ich hab jetzt zu einem anderen Ort das Portal reingemacht. Ah, ja. Ich dachte... Da dachte ich... Äh, ich hatte gedacht, dass du da das Portal auch zuerst... Ne, warte mal. Hatte ich auch zuerst und dann hab ich schnell geändert. Aber was bringt uns das dort? Guck mal, was es da gibt. Äh... Öpsala. Nichts. Was sie sagen. Kann man denn irgendwie... Warte mal, ich glaube... Stopp, 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 stopp. Ich kann hier was machen. Was doch... Dort irgendwo, glaube ich, hattest du doch die Möglichkeit gehabt... Genau, ja. ...Dinger hinzutun. Na dann... Ja, dann gib mir kurz mal einen Moment. Let's go. Oh Gott, das Portal treffen. Whee! Das war knapp. Wow. Jetzt musst du es mir irgendwie auch noch erleichtern. Was ein Zufall. Ich kann genau die beiden Portale sehen. Okay, das ist also wirklich sehr komischer Zufall. Ich glaube, das hat nichts zu bedeuten. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich hatte erst dann nach oben geguckt. Wow. Wir müssen nur die Tür zum Ding eröffnen. Oh, das Ding hier. Ach du Scheiße. Ja. Oh. I see. Ja, ich erinnere mich. Du See. Digga. Erstmal überall hin die Dinge tun. Genau da wollte ich auch... Ich bin der Typ, der einfach nur drückt. Du machst Sachen. Wir machen Sachen. Oh. Da unten ist was. Der oben. Okay. Dann würde ich sagen, ich bin was hier raus. Oh. Nee. Doch nicht. Doch. Man kann dann Portal platzieren. Gott. Ah. Danke dafür. Wait. Oh. Oh. Ich wollte gerade... Das hier war ja schon oben. Da kann man einfach so gut einfach... Ding einbauen. Einer muss unten bleiben. Okay. Okay. Dann tue ich gut. Oh man. Okay. Okay. Jetzt muss man irgendwie da rüber kommen, glaube ich. Hey. Oh der slide jetzt. Ja. Soll ich einfach mal hoch da zu dir kommen? Wir müssen irgendwie... Auf. Was? Oh shit. Da kann man hin. Ich gehe mal da hin, weil ich weiß nicht was hier ist. Oh. Ja, ich weiß genau was wir hier machen müssen. Zack. Zack. Das hier sind die Dinger für die... Für die Cubes. Nein. Da muss der Cube runtersliden. Und in der Zeit wo es runterslidet, öffnen sich dann da hier. Die drei. Du siehst ja auch hier die Zahlen. Eins. Zwei. Drei. Und dann müssen wir beide... Bei dem Override beide gleichzeitig drücken. Während der Button runterslidet. Der Knopf. Okay, dann wenn wir in die Richtung müssen, dann mache ich da mal das Portal hin. Und Achtung, wirklich so machen, dass er grad startet zu sliden, aber... Ich gehe übrigens links. Weil du auch auf der rechten Seite bist. Ja, okay. Wenn mein Portal rechtseitig ist, dann nehme ich rechts. Nein. Ich wollte den noch nicht losschicken. Drei. Zwo. Eins. Schnell. Mach einfach. Nicht zählen. Das hat jetzt nichts gemacht. Äh. Glaube ich. Warte mal. Ich kann mein rotes Portal... Äh, mein... Das hier. Einfach... Einfach sofort halt... Äh, äh, machen, wenn wir dort sind. Warte mal. Wurde der Cube eliminiert? Weißt du das? Glaub nicht. Glaub nicht. Da ist eine Wand. Äh... Guck doch hin. Geh da hin. Achso, warte mal. Das muss ich da setzen. Wui. 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 Das sieht sehr... Mir... Sehr nach... Äh, tot aus. Okay. Dann. Also. Merken. Nicht zählen. Einfach machen. Weil wir... Wir kommen ja beide sogar gleichzeitig dort an. Und man kann es schwammen. Äh, da kannst du da rüber gehen hier einfach. Oh, warte. Ich mach auch grad mal das Ding hier. Wait. Hm. Du brauchst echt dafür Gelee nochmal? Achso, du musst dir... Ja, sonst ist der Bot nicht spritzig. Ah. Bleib spritzig. Ah, okay, ja. Ich verstehe. Warte nur, wer es hier. Cube. Und wie gesagt, nicht einfach zählen. Sonst, wir haben da für normal einfach spammen genug Zeit. Für nicht, nicht. Jetzt, 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 los, los, los. Ah, nein, Framer-Brüche, wieso jetzt? Ah, ich hasse es. Wir sind fast gleichzeitig dort. Also, drei, zwei, eins, los. Nacken, nicht zählen. Hat doch geklappt. Geh doch. Mecker nicht. Ich mecker immer. Ich sagte Mecker nicht. Ich geh einfach mal hier auf die Seite, ne? Oh. Da sind Turrets. Ja, da sind Turrets. Wir haben hier keine Wand. Wir haben aber hier Gelee. Wir haben Gelee. Und was macht das? Ja, wollte ich gerade sagen. Da oben. Ach nee, warte mal. Ich muss ja hoch und nicht runter. Dafür. Ähm. Oh, ich weiß sie. Through that. Äh. Ob das reicht? Das wird knapp. Nee, reicht nicht. Reicht minimal nicht. Ganz knapp reicht das nicht. Das ist doof. Ey. Versuch mal hier vom Botten aus zu springen. Na, never mind. Geht auch nicht. Ey, das wäre auch komisch gewesen, wenn das gereicht hätte. Weil ich spring ja eh schon hier mal von der maximalen Höhe darauf, ne? Hm. Nein, ich glaube es, wenn ich das hier mache. Ey, das geht ja sogar. Oh lol. Ah, das geht aber nicht. Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Warte, ich probiere mal die andere Seite lang zu gehen. In so viel Aktion. Oh, das ist das. Enttäuscht mich nicht. Ach, bist du die andere Seite lang gegangen? Hä? Bist du auf der Seite lang gegangen, gestartet? Ich wurde schon getötet, bevor ich auch lang kam. Ah, okay. Ja, aber wenn du auf der Seite gestartet bist, dann kann man das halt vergessen. Wegen Fakt und so. Ne, ich bin, glaube ich, wieder rechts gestartet. Ah. Oh. Wie, habe ich das beim ersten Mal geschafft? Ich glaube, man muss nicht so, äh, man muss viel Schiefer, äh, äh, Schiefer laufen. Au, au. War so knapp, wie ich es geschafft habe. Genau so. Wie noch viel Schiefer. Okay. Nicht so. Viel, viel, viel Schiefer. Wir sollten uns schon einigen, Bär. Ich dachte, ja, okay, gleich, also, kurz dachte ich, ja, okay, gleichzeitig funktioniert. Dann bin ich gesprungen, dann fällt mir ein, aber warte mal, nee, das ist doch die dümmste Idee, die man jemals machen kann. Ja, komm, du mach. Mach du. Okay, ich mach Pfeile links. Ja, Pfeile rechts. Oh, und? Das ist nicht gut. Ja. Pfeile rechts könnte sein, dass man es schafft, wenn man denn andersherum ankommt. Bist du nach mir, ich geh? Nicht den Rechtsphäer. Ich rechte mich jetzt in. Und ich hab da jetzt ein Portal für dich. Was? Ach so, ja, aber das bringt mir nichts. Ich kann ja nicht das Portal nutzen zu zahlen. Also, eigentlich hätte ich da auch das. Oder? Nee, Moment. Ja, aber selbst das bringt mir nichts. Ich kann hier ein Portal setzen, kann das Portal da hinsetzen. Da hinsetzen. Ja. So. Aber das bringt mir nichts. Ich glaube auch nicht, das doch... Loll, als ob ich das kann. Kekwe. Ich kann da gerade so rüberschießen. Hier an die kompletten Wände kann ich nichts machen. Weil wenn du das kannst. Ah, okay. Ich kann auf jeden Fall, wenn ich drüben ankomme, gibt es die Möglichkeit für mich, dort ein Portal hinzusetzen. Aber ich sterbe direkt danach, weil die Turrets dort sind. True. Oder musst du dann einfach, um unten zu bleiben, Steuerung drücken. Oh. Gute Idee. Stimmt, die Seite sterbt man direkt. Das hab ich vergessen. Gönn dir. Guten Hunger. Guten Hunger. Ist das aus deinem heutigen Adventskalender? Nein. So. Ich kann da was hin platzieren. Ich kann hier was hin platzieren. Ich werde dann sterben. Ich kann... da was hin platzieren. Nee, stopp. Aber mein, das ist doch keine Fläche. Ich kann da ein Portal hin platzieren. Ähm... Hm. Ich kann sterben. Hey, Drache. Hm. Wenn ich hier springe, bin ich sofort tot. Wenn, was man machen könnte, ist... Wir haben hier auch das, ähm, Jump-Gel. Ähm... Kannst du das... Du kannst... Kannst du das in den Dings leiten? Kannst du da ein Portal machen? Kannst du da ein Portal machen? Äh, das liegt sehr hinter der Wand. Oder warte mal. True. Ich kann probieren. Nee. Also da, wo dein Portal jetzt ist, ne? Juhu. Wo dein... Nee, da kann ich nichts. Hm. Sadly not. Kannst du da ein Portal machen? Äh, wo? Auch nicht, nee. I highly doubt it. Äh. Nee. Ich meine, was man versuchen könnte. Oh. Also ich kann halt, wie gesagt, dort ein Portal hin tun. Und ich kann dort ein Portal hin tun. So bekomme ich auch... Die Dings ist darüber. Aber was bringt mir das hier? Boah, geil. Ich hab die Idee. Du musst... Du musst ne komplette... Kannst... Schaffst du es, ne komplette Welle in den... Dings ist rein zu jagen? Doch nicht. Wobei... Mir fehlt irgendwas. Ich hab da nicht umsonst dort den Portalplatz. Irgendwas... Also... Wahrscheinlich muss ich da durch... Das Gelee holen. Aber ich weiß halt nicht, wie ich an das Gelee komme. Weil ich kann... Die Turrets können ja das nicht benutzen, das Gelee. Warte mal, wir haben... Haben wir das Gelee nicht mal hier irgendwie rüber gefeuert? Achso, ja, durch das Ding. Ja, so. Aber ich kann's ja von hier nicht weiter... Dingsen. Nö. Hm. Ich hoffe, das geht jetzt schon wieder 50 Minuten lang, Alter. Aber wir sind auch beim letzten Level. Ja, aber da hängen wir jetzt richtig. Ist das nicht so typisch für letzte Level? Nö. Nee, halt, stopp. Ich muss erst mal... Soll ich mal was probieren? Hm? Das war keine gute Idee. Echt? Okay, heißt das erst. Hm. Scheiße. Also. Ich kann ja mich da drüben hinforzieren und du machst das hier irgendwie. Äh, jetzt bin ich schon rübergegangen. Wow. So viel dazu. Die haben mich angeschossen, bin ich ein bisschen anders gegangen. Also, ich kann halt hier ein Portal machen, solange du stehst. Hm. Ich könnte... Im Grunde genommen ist halt meine Idee, dort ein Portal... Also dort hinten ein Portal hinzutun. Was dann hier rüber geht und die ganzen Turrets hier oben eliminiert. Weil ich glaube, das kann das Gelee doch. Hm. Ja, das kann das. Das war meine Idee. Ich kann dort das Ganze benutzen. Das heißt... Oh, wir sind... Ja, ich hab grad nachgeguckt. Wir sind dämlich. Komm mal wieder zurück. Äh, geht das so? Die wollen mich wieder auf die andere Seite holen. Nein. Okay, jetzt haben sie mich zum Sterben gebracht. Und zwar... Jetzt einfach als man denkt. Hier einfach als man denkt. Und zwar... Mach mal ein Portal. Hier und hier. Soll ich dann durchgehen? Und jetzt geh mal kurz durch und man macht auf beiden Seiten, dass die Turrets weg sind. Nein! Du kannst ja jetzt auch noch hierbleiben. Äh, well... Das hat nicht ganz geklappt, right? Aber ich kann doch... Okay, du... Ich mach die Farbe. Ich kann doch da nach drüben kein Ding schießen. Ich kann doch auf die andere Seite doch kein Portal schießen. Nee, da ist doch die Barrier dazwischen. Oder wo meinst du hin? Geht offensichtlich. Du, ich mach die Farbe, du machst den einfachen Part und stellst dich hin, okay? Ich stell mich hin. Und machst... Und machst einfach nur da und da. Da, da. Wait, lass mich das nochmal kurz... Ein bisschen mehr mittig machen. Nee, also es geht echt nicht, ne? Du musst einfach nur zurück. Du musst einfach... Geh einfach zurück zum Portal löschen. Oh Gott, ich hab vergesst, springen zu drücken. Woah! So now... Ah, now dahin. I guess einer muss zurück und, äh... Da hin. Meine Fresse springt nur in den Wald. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui hause nach hause sonne geh nach hause das doch da das ding und jetzt stopp du kannst ja nicht weg stopp nein ich bin dumm und sobald ich hier und er hätte das portal weg wir haben noch keine möglichkeit kannst kannst du irgendwie morgen da gelangen hast du deine möglichkeit da irgendwie hinter dem wurde es das war kein f das da kannst du doch ein portal hinschießen ja stimmt kann ich ja dann brauchen wir das hier zumindest nicht du musst dann und ich glaube wir haben ja hier unten dahinter der ecke haben wir auch eine portal fläche dann müssen wir uns von hier nach oben dass wir denn dort herankommen und von dort aus weiter also einer der eine pass auf komm mal hierher zu mir ist jetzt hier dein dunkles portal hin wo ich jetzt stehe danke und dann komm ich einfach mit dem mit nein 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 du musst du machst jetzt da dein anderes portal hin ich war nicht ready oder auch nein hat da ist alles gut gegangen dann musst du da dein portal hinsetzen es funktioniert irgendwie du kannst das auch so kein portal mehr machen ach so da ist ein button das reicht kannst zurückkommen ja oh gott wie guck mal wo ich es hingeschafft habe und jetzt ganz einfach ich verstehe komm mal zu mir versucht das ja versucht was ich verstehe ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin habt es geschafft das testen hat sich gelohnt test mit groß geschrieben doch klar das freut sich die wissenschaft dankt euch ach was ach was wird schon schief gehen gefeiert es gibt noch mehr arbeit ich habe länger überlebt als ruft auch nur nicht sehr lange ich habe länger überlebt als du ja paar sekunden nun das war's die credits sind übrigens sehr witzig aha witzig ja ok danke für diese information something kommentare zu den mitarbeitern wir haben so lange aufgenommen dass mein schief in den stand by polos gegangen ist welches anderes gedrückt habe man es ist war auf jeden fall auch schön was hast du gesagt war auf jeden fall ein schönes spiel würde ich sagen würde ich auf jeden fall sagen war echt schön oh nein ja das kommt mir auch da waren die bubbles mal kurz komplett fehl am platz einfach außerhalb der box was passiert passiert oh hast montage na ha 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 die mal beobachten denn da war gerade ein cool lustiger grafik war ja das noch mit dem namen verschwunden ja jetzt haben wir gerade zwei namen miteinander aber wir sind ein paar text ein paar namen nicht erschienen war für spiel wenn auch kurz und ich denke dass auch ein schönes display zusammen ja hat spaß gemacht und die story bezieht spezifischen dinge haben wir jetzt nicht gespielt werden wir jetzt wahrscheinlich auch nicht spielen ja jetzt nicht auf die schnelle eben vielleicht sobald das video rauskommt sind wir dann doch wieder so weit dass wir das ganze machen weil dadurch dass wir in einer aufnahme session einiges spielen und dann aber eh nur wöchentlich eine folge kommt kann es kann natürlich in der zeit sehr viel passieren das war ein dickes turret ja wieso der so dick ist wirst du das teuer war man also ich das spiel hat auch so viel humor ich liebe es ist so schön gerade zu dem zwei turret cube ding kein mitgefühl gesagt ja finde ich witzig da war ich schon wieder dieser mitarbeiter das geht doch nicht rich get reich geiler now gottes sohn name ok oh ja dass das gefühl kenne ich die mittagsweise überziehen torsten scheuermann aha tom leonard gott glados nein stopp ich bin dagegen was ich habe nicht auf klaus geachtet es reicht zur akte der ersten person sehen wir uns noch andere an ähm das war wo ist es ok das sind die englischen keine deutschen übersetzungen schade ha ach so es ist ist die ist die musik dachte gerade her es sind verschiedene sachen ja alienware ati del del falcon nordwest harock sam gray jami hast der photocrit of the earth nasa natürlich höll das habe ich aber nicht im korb gesehen ich sage jetzt nicht warum weil knurl hat das spiel noch nicht gespielt ich kenne schon das finale so ist nicht ok thank you for what's to hang in this arrangement center activity got betty ich weiß schon was ungefähr was am ende von portville passiert ich weiß jetzt nur nicht ob es eins oder zwei ist aber kann auch sein dass ich sogar die ending die die enden von beiden weiß und das aber nicht beides wirklich das ending ending ist also das eine nicht das ending ending und deswegen ist es halt von beiden sachen schade so viele schritte habe ich jetzt noch nicht gefahren minus wissenschaftliche kollaborations punkte ja im hin und 100 ich habe 142 naja würde ich aber sagen machen wir heute ein paar ab zu ende ne ja wir haben nur drei umarmungen gemacht und deshalb unbedenklich ey ich wollte mir die stats noch anschauen die da sind ein bisschen währenddessen ich sage danke fürs zuschauen ähm katastrophen abgewehrt 23 schade äh ihr könnt definitiv gerne mich und den guten steffo abonnieren die glocke aktivieren und äh liken sowie einen kommentar lade lassen das ist immer sehr gut ähm besonders dadurch dass ich relativ selten hochlade steffo hat ja zurzeit noch ein projekt aber wer weiß wann das endet und wann wieder Peppa Mario Color Splash Hilfe woher oh das wir könnten tatsächlich grad den Bowser Boss Fight durch haben mal schauen fuck ich darf hier ein neues Projekt aussuchen scheiße deswegen ist die deswegen ist die Glocke wichtig dass ihr dann mitbekommt wann äh die nächste Folge ist weil oder wann das nächste Projekt ist auf jeden Fall das war's vorerst mit Portal 2 Coop wer weiß was noch kommt das andere Video vom jeweils anderen ist halt wie wie immer oben äh ja rechts da äh solltet ihr definitiv mit anschauen auch wenn es jetzt eine Stunde ich mach ich mach den Kanal hin weil das Video ist mir zu stressig ich hab das ich pack das Video rein ja ich bin dagegen müsst ihr jetzt selber schauen auf jeden Fall das war's mit dem Portal 2 Coop Projekt vorerst ich hoffe es hat euch gefallen und dann sag ich euch immer schön knuddeln tschüssi tschüssi tschüssi